Die 6 besten USB-C Kopfhörer, die ultimative Auswahl für Audio-File-Enthusiasten Ich habe mir die USB-C Kopfhörer von Samsung für mein Galaxy S22 Ultra gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Qualität des Sounds ist sehr gut und die In-Ear-Kopfhörer passen sich gut an meine Ohren an. Das Mikrofon funktioniert einwandfrei und ich kann Anrufe problemlos entgegennehmen. Außerdem sind die Kopfhörer mit USB-Typ-C kompatibel, sodass ich sie auch für mein iPad Pro und Pixel 3 benutzen kann. Insgesamt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und definitiv zu empfehlen. Ich bin beeindruckt von den Palo Vue USB-C Kopfhörer Earbuds. Die magnetischen Ohrhörer mit Mikrofon sind sehr kompatibel und funktionieren hervorragend mit meinem Samsung Galaxy S23. Das Design in Schwarz ist modern und elegant. Ich schätze auch die Geräuschisolierung, die mir eine bessere Klangqualität für Musik und Anrufe bietet. Die Kabellänge ist perfekt und die Kopfhörer bleiben während des Trainings stabil im Ohr. Ich würde diese Kopfhörer auf jeden Fall jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer hochwertigen Option für seine USB-C kompatiblen Geräte ist. Ich habe die Gero X7 USB-C Kopfhörer ausprobiert und bin absolut begeistert. Der HiFi Stereo Sound bietet eine unglaubliche Klangqualität, die den Hörer komplett in die Musik eintauchen lässt. Die Bedienung ist einfach und intuitiv dank des eingebauten Mikrofons und der Lautstärkeregelung. Die Kompatibilität ist auch ein Pluspunkt, da die Kopfhörer mit vielen Geräten wie dem Xiaomi Mi 9, dem Samsung Galaxy S21 und dem Google Pixel 5 kompatibel sind. Das weiße Typ C-Design verleiht den Kopfhörern auch eine elegante Note. Insgesamt ein großartiges Produkt, das ich jedem empfehlen würde. Ich habe vor kurzem die Ugreen Hittune USB-C Kopfhörer mit Kabel gekauft und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Die Geräuschisolierung ist ausgezeichnet und der HiFi Sound ist wirklich beeindruckend. Ich bin ein großer Fan des Magnet-Kopfhörer-Designs, das dafür sorgt, dass die Ohrhörer immer sicher aufbewahrt werden. Auch die Möglichkeit, die Lautstärke direkt an den Kopfhörern zu regulieren, ist sehr praktisch. Diese Kopfhörer sind mit einer Vielzahl von Geräten wie dem Galaxy S22 Ultra, dem S21V, dem S20, dem A53, dem iPad Pro 2021 und Android-Handys kompatibel. Alles in allem würde ich diese Kopfhörer auf jeden Fall empfehlen. Ich habe vor kurzem die USB-C Kopfhörer mit Mikrofon gekauft und bin sehr zufrieden mit ihnen. Sie passen perfekt in meine Ohren und das Mikrofon funktioniert einwandfrei während Anrufe. Der Lautstärkeregler ist auch sehr praktisch und funktioniert gut. Ich benutze sie mit meinem Samsung Galaxy S20 FE und sie funktionieren einwandfrei. Sie passen auch gut in andere Geräte wie Google Pixel und Xiaomi. Insgesamt würde ich diese Kopfhörer auf jeden Fall empfehlen. Ich war auf der Suche nach Kopfhörern mit USB-C Anschluss für mein neues Smartphone und bin auf die magnetischen in ihr Kopfhörer gestoßen. Der Sound ist sehr gut und die Kopfhörer bleiben auch beim Sport sicher im Ohr. Das Magnet-Design ist praktisch und verhindert Kabelsalat. Das Mikrofon und der Lautstärkeregler sind ebenfalls sehr nützlich. Ich benutze die Kopfhörer jetzt seit ein paar Wochen und bin sehr zufrieden. Empfehlenswert für alle, die Kopfhörer mit USB-C Anschluss suchen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.